Wir sind gerade in München unterwegs und haben Lisas Schwester gefunden und sitzen jetzt beim Kaffee trinken. Ihr habt die glaube ich auch noch nie gesehen. Haben wir deine Schwester schon mal hergezeigt? Sollen wir dich schnell zeigen? Bist du bereit, dass du vor die Kamera trittst? Ja. Willst du? Okay. Sicher? Weil du sehen schon ein paar Leute dann. Das ist okay. Ich krieg's gebacken. Ja, Lisas Schwester. Hallo. Hallo. Oh Gott. Okay. 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 Okay.